Nach der Fußball-Bundesliga kommt jetzt der Blick auf die aktuellen Gewinnzahlen und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Gestern war Freitag der 13., heute ist Vollmond. Man weiß ja nie, ob so etwas nicht vielleicht auch eine Auswirkung auf die Lottoziehungsgeräte hat. Das ist zwar alles nüchterne überprüfte Technik, aber Technik führt, wie man weiß, manchmal auch ein Eigenleben. Wie gut das im Lotto dann über allem der Aufsichtsbeamte wacht und den ordnungsgemäßen Zustand von Gerät und Kugeln überprüft. Und so ein Beamter, der lässt sich doch vom Vollmond nicht beeinflussen. Bestens überwacht wird auch die Ziehung für das Spiel 77. Und da schauen wir auf die erste Gewinnzahl. Und das ist sie für das Spiel 77, die 5345 012. Und diese sieben Ziffern, die könnten heute drei Millionen wert sein. Wir schauen auf die Lotterie Super 6. Und da gilt genau diese Gewinnzahl, die 434984. Und mit den Lottozahlen können sie bis zu vier Millionen gewinnen. Und ich hoffe, das sind jetzt ihre Lottozahlen. Die 16, dann die 24 und die 26, die 31 und die 34 und die 43. Und die Superzahl heute, das ist heute die Sieben. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend. Bis bald wieder. Tschüss. 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020